Oppala, Ton war weg. Super, Bruder. Es fängt heute alles gut an. Der Ton ist weg. Ah, dankeschön. Und heute mal kein Prank von der Community. Liebe geht raus. Was ich sagen wollte, herzlich willkommen zu einem Forza Rise Livestream. Jetzt mit Ton. Was ist ein Name? Auf entspannten Stream. Ich möchte einfach mal Danke sagen für deinen Streams. Ich habe zu danken. Vielen Dank für den Support. Ich bin... Uups. Scharf. Wo muss ich scharf abbiegen hier? Ach, nein. Och, nee. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Wir machen gleich einen Familienausflug. Upsala. Ja. Silberlackchen. Ja, bitte. Du hast Hunger. Cool. Die ziehen wir gerade komplett weg. Heute mag ich, by the way, ganz viele Bäume. Aber ich habe mir schon erzählt, dass ich Bäume mag. Das ist ja voll cool hier. Aber wie gern würde ich da reinfahren mit dem Auto. Wie gern würde ich hier diese Menschen... Das ist halt... Nein, warum? 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 Nein. Das ist wirklich wie... Wo reingefahren bin? Ich mache das jetzt noch... Leute, mir ist das egal. Ich mache diese drei Sterne full. Koste es, was es wolle. Ich mache das Trainers noch 50 Mal. Möchte ich gar nicht. Dann bin ich glücklich. Ich probiere die Ideallinie heute einzuhalten. Ach, bitte fahr mir doch nicht vor die Front. Schau, schau, was du gemacht hast. Schau, was du gemacht hast gerade. Du blöde Kuh in deinem scheiß Auto. Mach doch einfach Platz, dass ich die Ideallinie fahren kann. Das kann es doch nicht sein. Ich kann die nicht fahren, weil die bremst mich ab hier vorne. Ich glaube, der fährt über 400. Einmal drüber. Oh nein, das ist ja ein Haus. Guten Tag, ich hätte bitte gerne ein Mac-Menü mit einem Mac-Chicken mit Salat. Sag mal, warum treffen wir? Sie haben mir die tollsten Storys erzählt, die kaum zu glauben sind. Hör endlich auf mit dem Smalltalk. Ich will Auto fahren und nicht mit dir reden und deine Familiengeschichte erfahren. Sophia meinte, dass er mit seinem Watscho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Ist mir scheißegal, wo er mit seinem Watscho hingesprungen ist. Von mir aus kann er sich sein Watscho quer in den Arsch schieben, ist mir das egal. Das ist jetzt no joke, eine Abkürzung gewesen. Ich glaube, schneller wäre es nicht gegangen. Ich schmeiß dieses Spiel gleich aus dem Fenster. Ich fahre eine Route. Guck mal, guck mal, ich fahre diese Route. Guck dir den Stein hier an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Steingemäuer hier reinfahre, ist eins zu einer Million. Und der ist genau auf meinen Weg dorthin. Die machen das doch extra dahin. Ich habe Papa Fernando in einem alten Automagazin gefunden. Es enthält jede Menge Infos, was er mit dem Watscho gemacht hat. Kannst kaum erwarten, um es was auszuprobieren. Fisch. Ich heule gleich, ey. Ich heule ohne Scheiß. Papa Fernando, ich habe Papa Fernando mit Watscho gesehen. Ich kann nicht mehr, Alter. Haben wir drei Sterne bekommen? Alles okay? Nein, ich habe mich eingestuhlt und eingeschissen im Auto. Viel Spaß beim Aufwischen. Frag doch mal Papa Fernando, ob er es aufwischen will. Ich melde mich später bei dir. Ja, frag Papa Fernando. Vielleicht wischt er die Scheiße da drin jetzt auf. Echt was drauf. Wirklich was Besonderes, oder? Ich will mich doch verarschen, ne? Ich drehe gleich durch. Ich drehe gleich durch. Ich zeige dir gleich, was Papa Fernando... Ist mir scheißegal, was mit Papa Fernando ist. Ich hole mal ein Red Bull. Mir reicht es. Noch nie war ich... Ich habe noch nie mein Controller durchs Zimmer geworfen. Aber jetzt ist der Moment... Jetzt ist der Moment, wo ich mir denke... Nee. Ich will noch nicht mehr... Ich weiß nicht mehr... Ich habe mir gerne photographs... Ich gehe dir gleich. Ich micro dir das? Also ridiculous. Ich mache gar nicht mehr dessus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017